Hallo, das ist Anna. Sie liebt Sushi. Was haben Sushi und Stüssi Betonelemente gemeinsam? Nun, genau wie Sushi sind Betonelemente von Stüssi handgemacht. Bei der Herstellung verwenden wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe. Fachwissen, Erfahrung, Präzision und Geschwindigkeit sind entscheidend für die Produktequalität. So auch bei uns. Wie beim Sushi-Meister produzieren wir das, was Sie wollen. Und das genau in der Menge, die, wo Sie passt. Damit arbeiten wir ressourcenschonend. Überschuss entfällt. Auf Wunsch liefern wir Ihnen das Produkt nach Hause. Ähm, nein, auf die Oberstelle. Einmal geliefert ist das Produkt easy zu handeln. Fassen, anheben, eintauchen, anwinkeln und einfach genießen. Mmm, probiere es aus! Wir liefern da, wo Sie wollen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.